Zum vierten Mal aus Switz den Grand Prix von Österreich, nach Nico Osberg, nach Louis Hamilton und jetzt bei Terry Bottas. Die Mercedes-Herrschaft geht also noch nicht zu Ende. Joe Bauer, der technische Delegierte, nach jedem Grand Prix bei der Anfrage der Piraten mit dem gesamten Equipment, mit Helm, mit Handschuhen und allem. Sebastian Vettel wird gleich aufkommen und Daniel Ricciardo, der warten wir ebenfalls in der Drivers' Lounge vor der Siegerjährung. Und so sieht ein kühler Finne aus, wenn er einmal ein bisschen erhitzt.